Ein Wäldchens, eine Tomate. Guten Appetit. Es gibt nur einen, der es nicht real gibt und das ist Lukas. Denn oben ohne sitzen in der Küche, schön das Gas verbrennen, man hat ja so viel Geld für die Heizung. Ich sitze hier im Pullover, das beste Abendbrot, Tütensuppe von JumJum, die Guten mit. Gemüsebrühe, einen Wickkühler und eine Zitrone. Guten Appetit.